offizielle antrag mike heiter und leila sind ein paar sie gehen offiziell gemeinsam durchs leben mike heiter 31 möchte mit seinem flirt leila lahore 27 endlich den nächsten schritt wagen der reality star hat die beauty gefragt ob sie seine freundin sein möchte und dafür hat er alle register gezogen wie mike auf seinem instagram account zeigt dekorierte er ein hotelzimmer überaus kitschig mit roten herzluftballons und rosenblättern sie hat ja gesagt schreibt mike überglücklich zu dem clip er und leila sind somit offiziell ein paar ich kann es immer noch nicht glauben freut sich die ehemalige ex on the beach kandidatin unter dem beitrag der ihre neue beziehung bestätigt in den kommentaren freuen sich ihre reality tv kollegen für das liebespaar ich freue mich sehr für euch maskuline größe witzelt unter anderem alexander petrovic 33 während mike und leilas dschungel mitbewohner 24 tim 23 kommentiert viel glück euch beiden viel glück euch ihr seid ein tolles pärchen freut sich zudem eric sindermann 35 kennengelernt hatten sich die beiden im dschungelcamp im australischen bus schlief es allerdings nur schleppend immerhin funkte mit kandidatin und mikes ex flirt kim virginia hartung 28 immer wieder dazwischen nach ihrer rückkehr aus down under lernten sich mike und leila dann besser kennen viele der dschungelcamp zuschauer vermuteten dahinter allerdings nur pr die beiden turteltauben strotzten jedoch den bösen behauptungen weil das einfach auch nicht der wahrheit entspricht ich habe noch nie so fake geschichten oder so gemacht ich bin gar nicht der typ dafür betonte mike im promoflash interview